Arsch-O-Saurier Ja, den brauchen wir Ach, da krieg man doch nur einen, wenn man muss Ja, was stellst du dir auf den Weg, Junge? Hängst mir immer am Arsch, an meinen Knöchernen Guckst du nicht Haben wir jetzt schon? Das war noch viel kurz Naja, ich hab mal sehen meine müde Augen Also ich hab hier, wenn man hier so rum Ja, wenn man hier so rumguckt, ne Dann sieht man schon da einiges über steintechnisch Boah 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 Yay Das ist Nummer 45 Jetzt müsste ich hier nur rüberkommen Aber Wollte schon sagen, jetzt müsste ich nur rüberkommen Aber Dann komm ich halt so hier rüber Das ist kein Problem Wo bin ich denn hier? Oh, hier war ich noch gar nicht Ja, doch Schon, aber Da bist du noch was Ich hab auch den guten Barry Klopp mal runter die Leiter Voll runter, ihr Klöppels Das Leiterteilchen Was ist denn hier alles? Nicht mit mir Hier blüht die Mauer hochgesprungen Wenn man schon so lebensmüde sein darf Dann Dann doch jetzt Oh Gott Eineter, das ist zur Hölle Wo soll ich da rüberkommen? Was? Wie soll das denn gehen? Das muss gehen, aber Was? What the fuck? Ahhhh Ja 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 Ich dummere Ich dummere Was? Na siehste Doch Das funktioniert doch Was soll ich sagen? Hä? WTF Ja Aber Das ist schon zu mir Nein 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 Wie soll mir das Wie ist es so? Das ist alles so? Aber es ist schon zu mir Or ist es so zu mir? Da muss ich hier auch wieder hochkommen, ne? Kommt ja alles nicht von ungefähr, ne? Wieso schließe ich wieder? Muss ich hier wieder hoch, ne? Bringt ja sonst nichts. Ah, hier muss ich rühren. Der Rest ist ja hier. Da brauche ich meinen Allseits geliebten Den muss ich auch noch kaputt machen. Achso? Arbeiter in Gefahr, ne? Doch zu welchem Preis? Mein geliebter Bernstein ist nicht mehr. Aber so sein. Hey. Ja, Arbeiter in Gefahr. Yay. Den brauchen wir auch gleich. Tja, 40.000. Das sind jener Zeit. Jetzt kann ich sogar lachen. Aber extrem. Wir haben alle Arbeiter geschafft. 96% haben wir. Wow. Mega geil. Ah, Kameras haben wir noch. Rennen haben wir noch zwei. Kameras müssen wir auch noch zwei. Was das hier sein soll? Keine Ahnung. So, was ist das für ein Dings hier? Achso, da ist auch noch was. Krass ist nichts. Wie entzäuschend. Aber gut. Aber gut. Und jetzt. Ja. Ja. Nee. Weg. So. Auch ein Schatz. 48. 48. Yay. Kommt denen alles schon wieder richtig schön nahe. Aus was wir haben. Machen wir mal den hier. Wieso was sein oder? Achso. Seh ich jetzt erst. Hä? Hä? Muss ich doch noch aufballern? Na. Vergewaltigung der Lego für Charaktere hier. Ähm. Was? Bitte wa- Was? Was? Hä? Was soll ich hier ma- Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Hä? Was soll ich hier machen? Was? Was? Achso. Hm. Ja. Ist ja gut. Ich hab's ja schon verstanden. Ja. Ja. Aber. Aber. Jetzt geht ja noch ein bisschen aus. Ich muss mir glaub ich diesmal noch mal einen T-Best holen. Oder. Jetzt kommen wir hier weiter. Kann ich mir auch weiterkommen. Ich muss mal noch mal einen T-Best holen. Ein guter T-Best holen. Ich geh mal auf. Du denkst ja noch. Ich geh mal auf. Na ja, ich geh mal auf. Ich geh mal auf. Ich geh mal auf. Gern noch. ja gut warum nicht ich mein ich dachte da kann man ich dachte kann man durch aber okay dann kein problem alles nur hier soll was sein ich hab ja dies markiert so einfach ach ja das foto das foto ist ja ganz vergessen das ist ja cool dann brauch ich mal den instagram 19 von 20 ich glaube ich hab mal was gefunden ich weiß nicht ob das so richtig ist keine ahnung ich denke mal schon aber geht das nicht um rote steine sondern gold ja alter was ist das denn richtig gewidmet was ist das denn ja guuut freundlich Ian du bist gefreut Du bist Mode, Junge! Mode bist du! 96,7? Wie die Eier! Du musst die Eier finden! Oh nein, ich hab die ganzen Eier verloren! Hammond hat alles! Hammond? Warum Hammond, hm? Oh Gott, die Eier, ja! Na, das kann ja gesund werden! Irgendwo bist du hier falsch! Ja, dann! Schau mal raus, deinen Gedöns da! Die Eier sind ja auch ganz schön verstreut! Guck mal nach! Ja, Ostern, Alter! Ne, wir haben Weihnachten, Junge! Bald! Da denke ich nur nicht am Ostern! Wenn schon Weihnachten ist, ich weiß ja nicht, was jetzt hier rauskommt! Und ich mit der Folge fertig bin! Das könnte ja auch ewig dauern! Muss ich ja zugeben! Da ist noch so ein Ding! Ich wollte noch abkommen! Hey Rapp! Du hast ein Tor geschossen! Das ist noch nicht so ein Ding! Dieser Witz! So! So! Yeah! So! So! Dann das... Dann wäre schon mal das nächste Ei und ich glaube das andere... Wird das andere schon wieder holen? Ich nicht. Brauche schon! Ich brauche einen anderen Rapp! Und zwar mein eigener! Der kann mich brüllen. Du sollst brüllen, Junge. Ja toll, jetzt ist es ruhig. Ich will Menschen zocken, Junge. Bei den brauch ich auch schon. Du hast keinen Job, Kirche! Roter Stein! 17 von Zimmern. 97%! 97%! Jo, Herr Meier, da sind wir ja. Stats anziehen. Oh, yeah! Oh, yeah! Hm, hm, hm! Hu, 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 hu! Oh, yeah! So, da sind wir wieder. Oh, wie ein Dino! Was, warum, hm? Fragt ihr euch? Ich weiß... Ich kann euch die Frage jetzt beantworten. Ja. Wegen diesen kleinen, kleinen Präsent hier. Der... 253. ist das schon... Ich mach mal was zu Pompis. Pompis! Pompis! Okay... Machen wir das mal. So lange dauert es ja nicht. Das ist noch so'n... grünes Stück Gedöns, das man hier kaputt machen könnte. Jetzt wir... Na ja... Zack, 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 zack. Zack, 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 wo? Ja, den lahmen Arschosaurier, den brauchen. Nein. Na komm, lahmen Arschosaurier. Ich will das mal beschleunigen. Jaaaay. 97,8. Was zur Hölle ist das? Das ist ja geil, wenn hier hochkommt. Warum kommt aber... Ja, ja. Danzt... Hier danzt alles gerade. Die Kamera danzt. Die alte danzt. Das Wasser danzt. What the fuck? Ich frag gar nicht. Ich frag mal, dass der Dino danzt, ey. Ich frag mal, komisch mit dem Schwanz weh. Also mit seinem Schwanz. Diese Versorgung, Leute. Bäm. Yeah. Ja. 256. Jo. Gibt man hier noch Grafen nicken? Gibt man hier noch nicken? Gibt man hier noch nicken? Gibt man hier noch nicken? Gibt die Knochen nicken? Gibt die Knochen nicken? Meine Fresse, hier war ich noch nicht? Warum nicht? Hätte ich dit gewusst, Junge? Ja. Ne? Dann... ... 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 Ich würde da so gerne mal rein, weil das würde mich total interessieren. Das würde mich voll interessieren gerade. Warte, wie willst du den aufhören? Wie? Wie willst du den da aufhören? Ja, ist ja gut. Ich habe es schon gesehen. Das mache ich ja jetzt auch gleich. Ich habe es ja schon gesehen. Ich sehe das schon nicht hier oben. Irgendwie hoch muss ich. Kann ja nicht. Nicht alle Schwarzen können schießen. Hier ist schwarz gesagt von der Rassist. Ist das dein Herz? Ja, ist es. Hä? Da hinten ja, aber... Ist da hinten? Ja, und? Was? Ich sehe den jetzt ganz zack. Ich probiere das mal irgendwie. Ich weiß nicht. Oh. Ja, das ist der eine, aber ich muss irgendwie hochkommen. Ich muss da oben hoch. Wie soll ich denn... Ich bin ja schon ruhig. Ich, äh... Ich habe nichts gesagt. Nichts. Und... Wow. Ich will da rein. So, die letzten zwei sind ja hier. Ich weiß nicht, was ich hier drin machen soll. Wo muss immer was sein denn? Ohne was. Frag mich bitte nicht was. Hm. Mh. 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 Nehmen wir mal Blue. Mh. Ja. Ich will das machen. Hey. Was ist das? Warum? Muss ich den mal aufmachen? Sieht so aus. Mh. Dieser Scheiß kann man nicht. Mh. 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 What the f- Alter, Junge. Krass. Wie krass das war gerade. Was ich hier finde? Versuch's einfach. Mh. Mh. Sicher. Oh, das ist ein bisschen schwieriger hier, ne? Mh. 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 Oh Alter, der hat gebackt eben. Krasser Scheiß. Da muss ich echt fast beeilen. Eieieieiei. Krasser Scheiß. Yeah. Alter, 263 von 250. Ui. 97,9%. So, da sind wir auch wieder in einem... Gefilde. Sag ich mal. Das Auto ist geil, Alter. Finde ich mega. Hier sollen auch noch Steine sein. Hier soll auch noch einer sein. Hier. Nino! Halt! Ich brauche... So. Ian! Wo ist Ian? Ich brauche Ian. Der 264. Stein. Da muss ich fast 10 Steine machen. Ich muss hier aber ballern können. Wir müssen auch noch den Barry machen. Wie soll ich da rankommen? Wie soll ich da rankommen? Wie soll ich da rankommen? Ich habe schon gedacht. Wie willst du da rankommen? Ich weiß schon wie. Nettes Trampolin. Hier haben wir noch 10 Steine. 10 Steine. Nein, den konnte ich ja noch nicht. Weil ich den Rino ja noch nicht hatte. Das machen wir gleich. Nein! Ich wollte den eigenen, weil der kriegt das nicht auf der Reihe. Genau. Ne? Komm zu Papa, mein Junge. Yeah! Jungs, ich habe was gefunden. Wow! What the f... What? Was zur Hölle? Was ist das denn hier alles? Alter! Was ist denn hier los? Alter! Junge! Junge! Alter! Junge! Was ist denn hier los? Was geht? Alter! Ist das... Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, der Pedarodon. Kann man den hier auswählen? Nee. Nee. Ach so. Wie soll man fliegen können oder was? Oh, ist das krank. Was ist denn hier? Wann ich da? Na, muss ich das oder was? Das war's. Achso. Aber gut, 217. Wow, was kann man machen? Alles gefixt. 2 von 3. Wow. Das ist krank einfach. Guck mal das Schiff da unten. Das ist ja geil. Guck mal. Oh, das Schiff ist ja cool. 268. Alter, ist das krank. Hier soll auch noch was sein. What the fuck? Aufsteigen! Kanter Scheiß. Stein soll was sein? Warum? Hier auch? Hä, was? Hier? Ob ich schon die ganzen Dinge, Ringe die hier durchfahren, durchfliegen muss oder was? Was? Weiß ich natürlich nicht. Hier soll auch noch Stein sein, aber der kommt bestimmt noch. Krass der Scheiß. Hier muss noch irgendwas zum Ziehen sein. Hier ist noch was. Was? Boah. Boah. Da kann ich das denn aufbrechen? Da unten kann ich dann... Was? Das ist so schwierig hier, ne? Runter mit dir! Nein, runter, 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 runter. Runter! 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 Ja. Ich seh's, Junge. Ich seh's. So. Jetzt kann ich mir den Stein holen, auf jeden Fall. Junge! Ja. Alles mit System hier. Finde ich aber geil, ne? Das ist hier alles... Machen wir das mal? Das wird aber wahrscheinlich der letzte Party sein. Also... Glaube ich jedenfalls. 270, Junge! Fünf Steine, warum denn? Fünf Steinchen? Der Ring. Hm. Ah, das ist ein bisschen krank hier. Ah, das werde ich schon schaffen. Also ja. 20, 25, 200... Ah, das wäre schon ein Krieger, ne? 12, 25... 25... 20... ... ... ... ... ... Boah, ist das krank. Yeah, Mann. Hey, hier fehlt noch was. Hier ist noch irgendwas. Was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt? Was soll ich da machen? 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 Na, Hannah. Rätselspielchen. Krass. Hä? Okay. Achso. Hm, das ist echt schwierig hier. Müssen wir mal hinkriegen hier. Nein. Was soll ich da machen? Nein. Habe ich da nicht gekriegt? Warum nicht? Hä? 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 Was wollt ihr von mir, hä? Oder? 73. Zwei Stücken. Einer ist da oben, aber... Wie soll ich den hier kriegen? So. Einer soll hier sein. Da. Oh! Ja gut, dann... Guck mal her da. Machen wir das nochmal, ja? Ja. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. 74! Ein Stein fehlt uns noch. 99,6% haben wir jetzt. Oh yeah. Wir brauchen nur noch einen goldenen... Einen roten Stein und einen goldenen. Halt die Schnauze! Shep und Shep! Wind sollten sich jetzt mit der Wein nach oben bitten. Ganz wie heute gewahle... Keine Ahnung warum, aber... Eigener Moser. Ech... Die normalen werden schon... ein bisschen mich mehr. Und so, da ist die, wie heute eine dritte... Ich habe wirklich mit dem, was ich noch so... Geh, ich kann ja, nur in der Summe nicht mehr. Da ist ja so, dass sie nicht mehr, nehm... Das ist ja, dass sie noch so. Und wie lange du sonst auch... Und wie lange du uns noch... Das ist ja auchペiniger... ...düge... Aber hier soll der letzte rote Stein sein und der letzte rote Stein. 20 von uns jetzt haben wir alle Steine. Muss ich die Haie auffordern oder was? Was ziemlich krank wäre, aber... Hä? Hat den getötet, ja. Hä? Hat den getötet, ja. Das hat auch ein Zzzzzz gemacht. Was heißt das? Die ganze Reihe töten oder was? Und wohl die von mir. Was ist denn da jetzt? Nein! 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 Wir haben es! Wir haben es! Gott! Wir... ...haben die 100% erreicht! Wir haben alles geschafft! Alles! Restlos! Oh... Pfff... Alter... Jetzt kann ich... ...zu jeden... ...in jeden einzelnen Part 100% reinschreiben. Was ich nochmal sehen wollen würde, wäre der Compi-Modus. Das würde mich auch interessieren. Wie sieht der Compi-Modus aus? Das würde mich noch interessieren. Wie sieht der Compi-Modus aus? Wie der Compi-Modus aussieht. Ich... Keine... keine Ahnung. Das weiß ich nämlich nicht. Da habe ich keinen blassen Dunst. Alter... 18 Millionen... Wie krank. Wir haben 100%! Ich habe es zu 100% durchgespült. Oh, je. Ja, Chip und Fab. Das weiß ich. Na... Das würde ja ein Spaß werden. Mh... Mh... Haben wir das auch mal geprüft? Sonst haben wir ja alles. Ähm... Was der Compi-Modus bewirkt... Keine Ahnung. Das geht mal raus. Nun schalte ich das mal ein. Hä? Wieso Code eingeben? Was soll das denn? Punkte mal 10. Achso. Achso, ja. Ja, ich habe verstanden. Ja. Ne, weil da sonst irgendwas Standwiegendes nicht verfügbar oder so. Compi-Modus. Was ist der Compi-Modus, Alter? Alter. Alter, das ist ja... Alter, was ist was denn? Oh, der ist ja süß. Oh, der ist ja süß. Der ist ja geil. Boah. Boah. Der springen kann, Alter. Der ist ja süß. Das ist ja geil. Er trinkt echt? Jo. Ich weiß ja, er trinkt so einen Brunnen, weißt du. Das weiß ich. Kommt der auch jetzt in der Kombi-Röhre? Das würde ich ja feiern. Alter. Hä? Ich will, dass der in der Kombi-Röhre geht. Mann! Hm. So Kombi-Modus. Wieso kommt der nicht in Kombi-Röhren rein? Das ist ja blöd. Das ist ja schade. Aber wie geil ist das denn bitte? Der ist voll süß irgendwie. Ich will mal so einen Mini-Iran sehen. Mini-Iran? Nein. Ein Mini-Iran. Boah. Wie der aussieht, ey. Alter. Gott. Ja, aber bin ich froh. Bin ich froh, dass ich das gefunden habe. Ich habe die ganzen Inseln erst abgesucht. Die ganzen Inseln habe ich abgesucht. Nur wegen den einen, nur wegen den zwei verschissenen Steinen. Ich habe schon überlegt, ob die beide an einer Stelle sind. Und letztendlich waren sie an einer, an einer, an der selben Stelle. War aber auch krank, ne? Wenn man das mal so sagt. Weil wie soll man da... Hi. Wie soll man darauf kommen? Wie zur Hölle soll man wirklich darauf kommen, dass man erstmal die Haie besiegen muss, die da rumschwimmen? Zum anderen, dass man die ganzen Dinger da kaputt machen muss. Na gut, das ist offensichtlich, weil die ja leuchten. Aber... Woher soll man das ahnen oder wissen? Das ist einfach... Gelitten. Und... Ja, ich bin endlich froh, dass ich zu jedem Part jetzt 100% schreiben kann. Ich finde ihn echt süß hier. Der Mini-Iram hier. Dass sie eine Mutter brüllen hören. Und... Ja, ich werde erstmal beenden. Ich hoffe, euch hat das jetzt viel gefallen. Und... Auch wenn ich viel geschnibbelt habe. Aber wir haben jetzt 100% geschafft. Und... Ich hoffe, euch hat das gefallen. Was das nächste Projekt wird... Weiß ich schon. Sag's aber noch nicht. Und... Ja. Wir werden mal da... Wir werden einfach zuschauen. Und... Ich hoffe, ihr habt das... Ob das Spiel genauso genossen wie ich. Ich habe es gefeiert. Ich bin ehrlich. Ich vermisse es. Ich werde es vermissen. Sogar sehr. Zwar werde ich privat spielen, aber... Privat werde ich auf jeden Fall noch spielen, aber... Ich werde es vermissen, das Spiel. Muss ich ehrlich sagen. Naja, so... Das ist einfach so... Hab gehört, er kann den ganzen Heim mit einem Hubs verschlucken. Du hast wahrscheinlich... Chip und Chap mit einem Hubs verschluckt. So wie du dich anhörst. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat auch. Und... Dann gehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder.